Guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ich möchte euch über ein kurzes Interview reden, was mit Shigeru Miyamoto geführt wurde. In diesem Interview sagt er, dass die Hardware mittlerweile deutlich umgänglicher für Nintendo ist, wodurch sich auch die Entwicklungszeit verkürzt. Und er sagt, dass die gewonnene Erfahrung dazu genutzt werden soll, Spin-Off-Spiele von großen Franchises zu kreieren. Ähnlich wie Hyrule Warriors ja ein Spin-Off der Zelda-Reihe war. Und ich zitiere, er sagt, auf diese Weise möchten wir unsere Charaktere ausbauen und ebenfalls die Anzahl der Spiele, die wir veröffentlichen, erhöhen. Zudem ermöglicht es unseren Kunden, ein weiteres Abenteuer mit diversen Franchises zu erleben, ohne dabei drei Jahre warten zu müssen. Ja, also, ich tue noch hinzufügen, dass man jetzt sehr viel mehr mit Third-Party-Spielern zusammenarbeitet. Das hört sich doch alles schon mal sehr, sehr gut an. Und ich glaube, dass das wirklich eine gute Alternative sein kann, wenn man dann in Zukunft wesentlich mehr von Nintendo hören wird. Gerade Spin-Off-Spiele, glaube ich, haben tatsächlich relativ großes Potenzial, solange die Titel einer Hauptreihe deswegen nicht vernachlässigt werden. Jetzt seid ihr dran. Wie steht ihr dazu? Eure Meinung in die Kommentare. Eure Meinung in die Kommentare. Eure Meinung in die Kommentare.